Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Ein herzliches Willkommen hier zurück zum K-Mechanics Simulator 2018. So, wir haben ja noch ein paar Fragen offen zum Thema Kennzeichen. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal zur Parkebene und eure Aufgabe ist gleich, einfach in die Kommentare reinzuschreiben. Welcher Wagen, welcher Name? Das ist das Einzige, was ihr letztendlich zu tun habt in dieser Folge. Genial leicht, oder? Ich glaube, es gibt noch, wenn ich mich nicht irre, sechs oder sieben Fahrzeuge ohne Besitzer. So, und wenn es dann geladen hat, dann können wir weitergucken. So, der hier ist natürlich leider nicht frei. Das ist unser erstes Projekt gewesen. Der gehört mir. So, dann ist frei der Dodge Charger mit getuntem Motor zur Verfügung gestellt. Und zwar auch tatsächlich alles getunt, was ging. Haben wir 764 PS auf 1181 Newtonmeter. Das Ding ist ein Biest. Hat aber auch gigantische Schlappen drauf. Die ändern wir die demnächst mal. Und vielleicht auch eine neue Lackierung. Dann haben wir den Ford GT. Dann haben wir noch den... Genau, den Porsche 911 Carrera 4S. Dann haben wir hier noch einen Turbo S 911er. Ne, den gehört schon René. Entschuldigung. Der Turbo S ist weg. Der Jeep ist auch weg. Die Cobra ist noch frei. Der Bentley ist vergeben an Nini. Er hier kann gerne benannt werden, wenn ihr das möchtet. Das ist der Mazda RX3, wenn jemand draufstehen möchte. Der ist noch nicht fertig. Und natürlich hier unsere Höllenkatze. Steht auch noch zur Verfügung. So, ab in die Kommentare mit eurem Namen. Und dann werden wir die wahrscheinlich morgen gemütlich draufschreiben. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.